moin leute und damit ein ganz herzliches willkommen zu einer weiteren folge von dem tutorial heute zwei kleinere sachen und zwar haben mich viele gefragt wie man denn train fieber mods nach transport fieber konvertiert und wer sich schon gewundert hat bei ein paar screenshots von mir ich habe einige mods rüber geladen nach transport fieber wie wir hier zum beispiel sehen die b128 oder die dostos oder hier drüben den metronom die b420 oder beispielsweise haben wir hier kein zug er hat die regionalbahn mit einer br 143 oder hier hinten einen ic tut mir leid dass es so holt aber hier in der hauptstadt ist es noch mal üblich wo ist der ic hier ist wenn ihr mods von trainfieber rüberladen wollt dann braucht ihr den normalen download von der forum seite und den downloadet ihr dann euch könnt ihr dann entweder hier in downloads gucken oder wenn ihr wüsst oder wenn ihr wisst nach was ihr sucht ich sage jetzt einfach mal br 254 245 ja und dann noch trainfieber eingibt dann kommt ihr eigentlich sofort zum dünne zu dem download ihr müsst halt dazu wissen wie der mod heißt das ist wichtig denn sonst könnt ihr natürlich auch nicht suchen na und ich nehme jetzt einfach ich hoffe mal der mod hat es oder wir könnten auch einfach hier bei mir ich habe schon ein paar gedownloadet ja kann man hier zum beispiel gucken wenn sich aktualisiert genau ich sage jetzt einfach mal ich glaube die hatte ja wenn ihr zum beispiel hier den mod habt dann habt ihr eure raddatei ja die könnt ihr euch auf dem desktop ziehen oder wie ich hier in downloads und dann öffnet ihr der ordnung muss nicht vorhanden sein es kann auch gleich so aussehen je nachdem aber ist nicht wichtig so dann könnt ihr hier in res reingehen und dann habt ihr hier unter config habt ihr nicht okay dann habt es aber hier unter config habt ihr eine sogenannte sound unterstrich set da wird der sound der jeweiligen logs oder wargons reingetragen und dort müsst ihr diese lua rauslöschen ja jetzt ich glaube in der raddatei könnt ihr das nicht machen sondern ihr zieht sozusagen diesen ordner hier in euren mod ordner falls ihr noch nicht wisst wo der ist dann zeige ich euch das mal schnell und zwar geht ihr auf euer steam dann unter steam apps kommen transport feber und hier unter mods könnt ihr das rein fügen was ich bei dem vorherigen video schon gesagt habe wenn ein mod gleich so halt wenn ein mod gleich so aussieht legt euch einen ordner an wenn ihr wisst von wem dieser mod ist schreibt den namen da davor in unterstrich und dann was es ist also hätte ich jetzt zum beispiel diesen ordner ich wüsste okay ich wusste es ist jetzt die das sind jetzt die tracks ist die tracks reihe von der serie 1 von rail team also würde ich hier einen ordner machen den würde ich genau so nennen wie hier zum beispiel ja also ich würde hinschreiben rail team unterstrich tracks 1 und dann würdet ihr den mod immer und immer wieder finden auf jeden fall müsst ihr hier in nochmal ich zeige es nochmal in res config und soundset nicht den ordner löschen hier sondern das was da innen drin ist wenn ein mod diesen ordner nicht hat dann braucht ihr den auch nicht löschen dann braucht ihr ihn einfach hier einzufügen was natürlich logisch ist man hat noch keine durchsichtigen fenster klar die fahrzeuge altern nicht ich habe hier kann ich mal dazu sagen bei diesen schiebeband wagen habe ich lila ne räder das ist aber wirklich der einzigste mod von knapp 200 wo probleme macht ich habe sonst keine probleme mit radsätze oder mit sonst irgendwas hier sieht man zum beispiel diesen vollkommen in ordnung diesen wieder lila oder hier bei der log keine probleme was halt ist wie gesagt keine durchsichtigen scheiben und des weiteren wird aber sicherlich noch von den meisten modern kommen aber wenn ihr die mod zu haben wollt könnt ihr die gerne so verwenden kein problem ja einfach einfügen und ich kann ja mal kurz zeigen jetzt muss ich hier bloß kurz ein depot finden wo habe ich denn eins hier habe ich eins und dann können wir hier einfach mal zeigen okay ich kann jetzt hier eine loko eine lokomotive auswählen ja muss ich kurz suchen was denn hier ein mod ist ja ich sag jetzt mal hier was ist ein mod hier die br 181 ganz easy kann man einfach kaufen wie wir schon sehen die br 143 kann man einfach kaufen hier die ganzen br 152er die von jansch kam auch ohne probleme ohne probleme be 101 ohne probleme ja und so gut und so geht es dann auch weiter also ich habe ja doch schon einige mods reingeladen bei den wägen ist es genauso also wie wir hier sehen ich habe so meine lieblinge mal reingeladen funktionieren auch wirklich alle und es macht dann auch wirklich spaß dann wieder transport wie wir zu spielen mit mods und ja ich verkaufte immer alle wieder so und das zweite war haben mich und zwar haben mich die leute gefragt wie mache ich das denn wenn ich ja wagen rüber kopiere es gab ja andere wie soll ich sagen andere beladung in transport fever als in train fever und da habe ich auch einige gefragt ja wie wie ändere ich das denn jetzt um und dazu findet ihr in der wieder in user data äh quatsch in app steam apps kommen transport fever in res config die base config und hier findet ihr alle ids das hier ist wichtig diese idee hier mit der beladung ja falls ihr nicht wisst passagiere locks baumstämme live stock ist vieh kohle eisen das ist klar stein grain ist getreide crude ist was war crude crude ist glaube hier hohe stil klar plastik blanks klar plastik slack slack ist schlacke oil ist öl construction materials klar das habe ich euch alle schon mal erzählt wer die davor schon gesehen hat und klar guts bleibt gleich das heißt wenn ihr nichts an den wagen ändert sie funktionieren trotzdem können aber nur waren transportieren und das ist natürlich nicht so wirklich der sinn der sache denn die meisten schiebeband wagen soll natürlich die endprodukte transportieren also guts food tools machines construction materials ich sage jetzt vielleicht auch noch plastik ja oder stil und des weiteren und das ist auch nicht so schwer ja wer sich da noch nicht auskennt und zwar habt ihr eure mods aber jetzt bin ich wieder komplett raus so und ich nehme jetzt einfach mal ich nehme jetzt einfach mal im moment muss ich kurz gucken wo ich es geändert habe hier nicht hier habe ich zum beispiel geändert ja also ihr geht in euren in euren mod rein geht unter res models model ja und dann der rest ergibt sie und dann habt ihr hier die ganzen modelle wo in dem mod dabei sind wenn es nur eines wenn es mehrere sind dann sieht es eben so aus und dann könnt ihr auch wieder ich empfehle euch notepad plus plus herunterzuladen so das hier oben interessiert uns alles nicht so und das wichtige beginnt dann ab hier ja hier habt ihr die top speed könnt ihr umändern hier könnt ihr das gewicht umändern wenn ihr wollt sound set ja braucht man nix umändern denn das wird dann vom spiel alles gemacht so und dann kommen wir hier zum transport vehikel ja und dann zu den jeweiligen capacities hier habe ich zum beispiel jetzt eingetragen er soll vieh plastik maschinen werkzeuge lebensmittel und waren transportieren wenn ihr wollt könnt ihr das so kopieren das geht wenn es keine ladeanimation hat wie zum beispiel ein offener getreide wagen da gehört noch das alles dazu gehört noch die ganze load indicator und so dabei bauen wir aber in dem fall nicht weil es ja ein geschlossen weil es ja dieser geschlossene schiebeband wagen ist und und capacity 100 müsst ihr immer durch 4 teilen egal was ihr macht bei jeder capacity teilt ihr durch 4 das heißt der wagen fast jeweils 25 ja was hier halt eben steht career ist rail das heißt einfach es ist ein zug ja hier year from wenn ihr wollt könnt ihr das auch umändern oder ihr benutzt einfach den mod wo man die ganzen sachen dauerhaft hat und wenn ihr ein bisschen mehr in die transport fever realistik reinkommen möchtet müsst ihr natürlich auch die preise umändern denn ich habe schon gesehen so train fever mods die haben ja oder so normale logs haben so ja ich sag mal zwischen 1,2 und 1,6 millionen immer gekostet ja und mittlerweile kostet ja ich glaube so eine ber 218 kostet 8 millionen also wenn ihr da ein bisschen rumspielen wollt klar life span wäre noch die lebensdauer und ihr müsst immer darauf achten dafür empfehle ich aber auch notepad plus plus sind diese striche hier ja wir öffnen hier sozusagen neues register ja und schließen das hier unten ne wir schließen das hier das alles ist sozusagen ein register und wir haben hier nochmal ein extra register das hier geöffnet wird wird das reingeschrieben das geschlossen hier auch wieder configs das ist dann die config und wird hier wieder geschlossen das sind einzelne register deshalb auch der strich sehr wichtig die müssen da sein wenn die nicht da sind ist kann die luhr nicht ausgelesen werden die muss aber auch genau an der position sein ja wenn ich das hier umänder so dann springt es auf den anderen mit tab könnt ihr das wieder umändern das seht ihr auch das ist bezogen auf capacities ne ihr müsst es sozusagen immer sagen okay das ist jetzt ein bereich das muss ich aber auch wieder beenden mit einer achtung das ist eine äh das ist eine geschweifte klammer mit und dann ein komma und dann könnt ihr das nächste ansetzen sehr wichtig wenn ihr hier was umändern möchtet hier genauso ihr öffnet sozusagen das eine beendet es hier hinten wieder in der gleichen zeile und sagt komma nächste zeile wichtig ganz wichtig das spiel sagt auch wenn wenn ihr zum beispiel ein komma vergessen habt oder eine klammer falsch gesetzt habt und ihr öffnet das spiel und möchtet euer save game laden dann geht das nicht das und dann sagt ihr auch oft in welcher line und dann könnt ihr hier die line nachgucken und können das auch editieren ja also wer da ein bisschen sich rein mischen will das ist sozusagen die grundeinstellung wie es ich immer machen machen wird ohne load indicator das heißt ohne ladeanimation das ist das einfachste was es geht ihr könnt ihr das video anhalten so abschreiben auch die lehrzeichen lehrzeichen sind glaubt nicht wichtig bin mir aber nicht sicher aber ihr könnt es mal so abschreiben auch hier das komma sehr wichtig ja sonst funktioniert der mod nicht und falls ihr da noch irgendwelche probleme habt dann schreibt das unten in die kommentare ich bedanke mich auf jeden fall recht herzlich fürs zuschauen und wünsche euch noch einen schönen tag ich hoffe es hat euch ein bisschen geholfen ja und falls ihr noch irgendwelche fragen habt wie gesagt unten die kommentare im forum völlig egal wo ich antworte eigentlich so gut wie es geht also so schnell wie es geht ja ich wünsche euch und bis dahin ciao